Eine moderne Heizung mit Vorrang für erneuerbare Energieträger muss natürlich funktionieren, komfortabel sein und sie muss durchschaubar sein, sodass sie für alle Bewohner des Hauses auch kinderleicht zu bedienen ist. Das alles kann die Brunner Heizzentrale. Das Schöne dabei, dank dieses Displays ist es kinderleicht, Steuermann zu spielen, weil man schon auf den ersten Blick seine Heizung versteht. Und das alles auch vom Wohnzimmer aus. Das Display ist quasi die Verbindung Mensch-Heizung. Links alle Wärmeerzeuger. Die Solaranlage liefert in unserem Beispiel über 6 kW. Der Scheitholzkessel 31 kW. Und den Ölkessel als Zusatzheizung brauchen wir eh kaum. Und in diesen Tagen sind wir ja sowieso zu Hause. Und in der Mitte alle Informationen zum Pufferspeicher, der als Wärmesammelbehälter funktioniert. Alle aktiven Wärmeströme sind durch rote Linien dargestellt. Oben in der Mitte die Außentemperatur. Auf der rechten Seite die Informationen zu den Heizkreisen. Die Heizkörper haben eine augenblickliche Vorlauftemperatur von 45 Grad. Die Fußbodenheizung von 31 Grad. Und das Frischwassermodul ist aktiv, weil gerade geduscht wird. Die roten Linien zeigen, wohin, zu welchen Heizkreisen gerade Wärme transportiert wird. Wenn Änderungen gewünscht werden. Das geht ganz einfach und schnell. Ein Beispiel. Wir möchten die Temperatur um 2 Grad erhöhen. Ein Fingertipp auf den Heizkreis. Das richtige Menü öffnet sich. Wir geben 2 Grad dazu. Es geht alles ein bisschen spielerisch. Und man sieht sofort, was man verändert hat. Die Heizkörper bekommen eine um 2 Grad höhere Vorlauftemperatur. Oder ein Urlaub steht an. Die Heizkörper sollen dann kalt bleiben, wenn wir nicht da sind. Und so legen wir die Dauer der Abwesenheit fest. 7 Tage. 7 Tage sind die Heizkörper auf Frostschutz eingestellt. Nach Ablauf dieser Frist springt die Temperatur wieder auf den Normalwert zurück. Die Software, die hinter dem Display steckt, kann natürlich noch mehr. Für manchen dürfte es von Interesse sein, woher die Wärme kommt. Wie viel leistet die Sonne? Wie viel der Holzkessel oder der Reservekessel? Kommt die Energie heute? Woher kam sie gestern? Vor 5 Tagen? Oder wie sieht die Bilanz eines ganzen Jahres aus? Wenn ich mal längere Zeit nicht zu Hause sein kann, aktiviere ich den Zusatzkessel. Mit wenigen Schritten ist die Zusatzheizung auf Bereitschaft. Stoppen sowohl die Solaranlage als auch der Scheitholzkessel die Wärmeproduktion, sinkt die Temperatur im Pufferspeicher. Die Heizkörper werden kälter und der Ölkessel springt ein. Der Ölkessel soll den Puffer aber nur teilladen, weil wir auf Sonnenschein hoffen. Und die Sonne lässt uns nicht im Stich, füllt den Puffer mit kostenloser, der ökologisch vernünftigsten Energie ganz auf. Wir nennen das Öko-Hierarchie für nachhaltige Energieträger. In das System der Brunner Heizzentrale können die verschiedensten Wärmeerzeuger integriert werden. Ein Ölkessel, eine Gastherme, Wärmepumpe, ob Strom oder Pelletkessel. Das Display zeigt mir auch, in welcher Arbeitsphase sich der Scheitholzkessel gerade befindet. Besonders beim Scheitholzkessel ist es ja wichtig zu wissen, ob er zum Beispiel stark bereit ist, wenn Wärme angefordert ist. Jetzt zum Beispiel ist er im Augenblick dabei, selbstständig zu zünden. Ich kann zusehen, wie der Abbrand beginnt, wie und wann der Heizkessel den Pufferspeicher mit Wärme belädt und, ganz wichtig, wann es notwendig wird, den Füllraum des Scheitholzkessels mit Brennholz neu zu bestücken. Und zu alledem muss niemand in den Heizraum gehen. Wir haben alles im Blick vom Wohnzimmer aus. Dank der Brunner Heizzentrale.